Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Also hallo zu einer... Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. War das ein bisschen schlechtes Deutsch gerade? Mir leid. War nicht mit Absicht. Also, was haben wir denn hier? Ist das... Ah, okay. Der Tempel. Da. Er links. Uh, ein Deathslinger. Kommt mir ja bekannt vor. Ihr seht, ich habe nur drei Talente dabei. Es heißt... Adapt Challenge! Dritter Versuch mit Nea. Und es wäre schon cool, wenn wir es diesmal schaffen. Und wie sie es gehört. Erkläre ich kurz ihre drei Talente. Wir haben städtische Umgehung. Ich kriege schneller. Wir haben ausgewogene Landungen. Solange ich nicht erschöpft bin und ich aus großer Höhe falle... Bekomme ich bei der Landung einen Sprint-Boost. Lass mal den Generator auf dem Tempel machen. Die hat schon niemand. Sehr gut. Und das dritte Talent von Nea ist gewieft. Ich habe einen verringerten Item-Verbrauch. Und nicht nur ich, sondern alle meine Mates um mich herum ebenfalls. Wird das so laufen wie mit Bill? Alle entkommen dem Deathslinger und seinem Schuss. Außer ich. Danke, Jane. Ich habe eine gewohne Landung gewastet. Ich habe Flashbacks. Ich erinnere mich gerade sehr stark an die Runde mit Bill. Jetzt, weißt du jetzt, dass ich hier lebe? Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Das war glücklich. Ich habe nicht nach hinten geguckt. Ui, ui, ui. Aber er versucht halt zu schießen. Das finde ich gut. Und wenn ich Deathslinger Todesbote spiele, müsste ich auch mal mehr schießen. Hallo? Ich weiß auch nicht, warum ich in letzter Zeit immer den englischen Namen von Caleb nutze. Eigentlich, der ist so schwer auszusprechen. Also eigentlich nicht so schwer, aber ich stelle mich immer ein bisschen doof an. Ich würde einfach Todesbote sagen. Das wäre voll einfach. Mach du ruhig, Fang. Das ist ein Single-Gen. Der ist an. Dann gehen wir mal rüber. Das ist auch an. Achso, da war ich ja am Anfang. Was sieht es denn eigentlich aus mit Totems? Hat jemand Totems weggemacht? Ist hier vielleicht noch ein Totem? Ich sehe gerade irgendwie recht wenig vom Spiel, weil bei mir draußen mega die Sonne scheint. Ist im Vergleich zu den letzten Tagen mega. Und es blendet. Es tut richtig in den Augen weh. Ich kippe jetzt was von meinem Medikit ab. Aber das sollte trotzdem reichen, um uns auch nochmal zu heilen. Falls nötig. Nicht gut. Wir haben ausgewogene Landungen zurück. Ja, jetzt ist die Frage. Hat der nöt? Oder kommen wir ernsthaft raus? Ich weiß nicht, hat der immer noch die verletzte Fangin in der Arbeit? Oder? Solange ich nicht weiß, ob er nöt hat. Also wenn er nöt hat, mache ich direkt auf. Wenn er kein nöt hat, sollte man eigentlich auch... Oh, okay. Wir haben die Lücke. Ähm. Ich sag's euch, ich werde gleich sterben. Kein nöt. Hier zufällig irgendwo ein kleiner Gartenzwerg. Sie hängt halt zum ersten Mal. Aber sie hängt im Keller. Leute, wisst ihr was? Ich geh jetzt. Tschüss. Es tut mir leid. Aber ich möchte nicht sterben. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Geschickte Nea. Ich bin Anti-Mate-Nea. Es ist egal. Ich habe die Ertipp-Challenge geschafft. Ich geh ganz schnell aus dieser Lobby raus. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und bis ganz bald. Bleibt gesund. Tschüssi. 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 Tschüssi.